Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zu Alle gegen Thiele. Heute mit der Prognose für die zweite Bundesliga für den 29. Spieltag. Es geht immer weiter Richtung Saisonfinale und damit ist auch klar, jedes Spiel ist für ganz viele Teams jetzt unglaublich wichtig. Blicken wir mal kurz auf den Plan für dieses Wochenende. Am Freitagabend haben wir zwei Spiele, zum einen Regensburg-Ingolstadt sowie Düsseldorf gegen Hansa Rostock. Am Samstagmittag geht es dann schon ordentlich rund mit Aue gegen Hannover, Abstiegskampf pur und zweimal Aufstiegskampf pur. Generell am Samstag drei direkte Duelle von Aufstiegsaspiranten. Schalke gegen Heidenheim, St. Pauli gegen Bremen und am Samstagabend das Topspiel der Woche Nürnberg gegen Darmstadt. Also dieser Spieltag verspricht eine unglaubliche Spannung. Dann haben wir am Sonntag Abstiegskampf pur, Sandhausen gegen Dresden. Auch da könnte es richtig abgehen und dann noch Kiel gegen den HSV, die auch nochmal Aufstiegsluft schnuppern wollen. Und Paderborn gegen Karlsruhe. Der Spieltag bringt viel mit und jetzt bringe ich meine neuen Tipps mit für den 29. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Beginnen tun wir erstmal mit Regensburg gegen Ingolstadt. Ein Spiel, wo vielleicht die letzte Spannung fehlen könnte. Der FC ist Tabellenletzter. 18 Punkte hat auf dem Konto. Ja, das wird wohl nichts mehr. Und man geht nun auf eine Auswärtstour nach Regensburg. Der Jan hat in der letzten Woche 1 zu 1 gegen Hannover 96 gespielt. Das hat zumindest dafür gesorgt, dass man nicht weiter unten reingezogen wird. Aktuell 37 Punkte. Das ist zwar noch nicht safe der Klassenerhalt, aber sieht schon ganz gut aus. Somit für beide Teams nicht mehr ganz so viel zu holen. Ich glaube, am Ende holt sich Regensburg den Sieg und das mit einem 3 zu 1 Erfolg. Düsseldorf gegen Rostock. Das ist ein direktes Duell aus dem unteren Mittelfeld. Beide Teams könnten noch absteigen. Beide Teams haben sicherlich von der spielerischen Qualität, von der Form her das Potenzial eben nicht abzusteigen. Düsseldorf aktuell 13. mit 33 Punkten. Rostock steht dann schon sehr gut auf der Ballenplatz 11 mit 37 Punkten. Sprich, die Fortuna ist etwas mehr gefordert. Letzten Spiele hat man es immer wieder versäumt, auch zu gewinnen. Letztes Mal das Remis gegen Karlsruhe. Rostock konnte ja letzte Woche überraschenderweise gegen den FC St. Pauli mit 1 zu 0 gewinnen. Das war schon ein Überraschungssieg, der aber auch in Ordnung ging. Rostock ist einfach super drauf. Man hat natürlich das Gefühl, so langsam hat man den Klassenerhalt auf jeden Fall sicher. Vielleicht wird das auch der Grund, dass Düsseldorf ein Ticken mehr da ist. Und deswegen glaube ich auch, dass der Fortuna gewinnen wird. Knapp mit 2 zu 1. Aue gegen Hannover. Da geht es sicherlich für beide Teams um alles. Also, ernstige Big Aue hätte ich schon zugetraut, ein kleines Wunder noch zu schaffen. Hätte man letzte Woche gegen Ingolstadt im direkten Duell gewonnen. Das hat man nicht getan. Es gab am Ende eine 2 zu 3 Pleite, die sehr, sehr, sehr bitter war. Und unter der Woche gab es dann dieses 0 zu 4 in Hamburg, wo man auch wirklich nicht gut war. Also auch Aue wird sich höchstwahrscheinlich neben Ingolstadt in den Liga 3 verabschieden. Jetzt geht es gegen Hannover 96 und die haben ganz andere Sorgen. Besser gesagt geht es zwar auch da um den Abstieg, aber da ist es halt immer noch möglich, nicht abzusteigen. Wenn man auf die jüngsten Leistungen blickt, ist das aber schwierig. Also Hannover muss extrem aufpassen. Letzte Woche gegen Regensburg. Lange Zeit in Überzahl gewesen, aber trotzdem kein gutes Spiel gemacht. 1 zu 1 am Ende. Das war einfach zu wenig. Wenn du unten rauskommen willst, aktuell Tabellen 14. mit 32 Punkten. Je nachdem, was Dresden und Sandhausen machen, wird der Druck nochmal höher nach dem Spieltag. Da muss ein Sieg her und den wird es geben. 96 mit einem ganz wichtigen Befragungsschlag. 2 zu 0 im Erzgebirge. Und nun kommen wir zu den Aufstiegsduellen. Beginnen tun wir mit Schalke gegen Heidenheim am Samstagmittag. Schalke unter Mike Büsgens. Drei Spiele, drei Siege. Es war zwar allesamt nicht glanzvoll, aber es war ein Sieg. Und das ist das Einzige, was im Aufstiegsrennen zählt. Und deswegen ist Schalke wieder voll mit dabei. Tabellen 4. Einen Punkt nach hinter St. Pauli. Zwei hinter Bremen und Darmstadt auf Platz 1 und 2. Also Schalke hat sich aus einer schweren Ausgangslage eine richtig gute erarbeitet. Bedingt durch die vielen direkten Duelle. Man kann es aus eigener Kraft schaffen. Jetzt geht es gegen Heidenheim, die ein sehr, sehr unangenehmer Gegner für die Schalker sicherlich werden. Heidenheim, ein extrem heimstarkes Team. Letzte Woche gab es den Sieg gegen Nürnberg 3 zu 1. Trotzdem war das, finde ich, fußballerisch nicht überragend. Also da wird man schon mal genau drauf schauen müssen. Werde jetzt gewisse Vorteile hat. Ich sehe beide Teams ungefähr auf Augenhöhe. Aber bedingt dadurch, dass Schalke zu Hause spielt, etwas eine breitere Brust vielleicht auch haben wird. Heidenheim auswärts schon auch die Probleme hat. Wenn sie Probleme haben, wird es hier einen Sieg für Schalke geben. Und das am Ende mit einem 3 zu 1 Erfolg. Machen wir weiter mit St. Pauli gegen Bremen. Die spielen natürlich auch den Druck von hinten. Schalke ist mit dabei. Auch Nürnberg, Hamburg, Heidenheim klopfen so ein bisschen noch an. St. Pauli muss aktuell schon ein bisschen aufpassen. Letzte Woche gab es auch die Pleite gegen Rostock, die man sicherlich nicht zwingend mit einkalkuliert, wenn man das so sagen möchte. Also St. Pauli ist gegen Bremen gefordert. Werder ist sicherlich das Team der Rückrunde bis hin oder eines der Teams der Rückrunde. Spielt sehr, sehr gut. Ist gut drauf, auch wenn es letzte Woche ein Unentschieden gab gegen St. Pauli. Was natürlich rein faktisch etwas wenig ist. Was aber auch mal passieren kann in der zweiten Bundesliga. Vor allem, wenn man überlegt, dass St. Pauli in der Rückrunde auch sehr, sehr gut drauf ist. Deswegen sollte man sich nicht allzu große Sorgen machen. Klar ist aber auch, gegen St. Pauli ist es ein ganz anderes Spiel. Es sind zwei Top-Teams, die auch fußballerisch sicherlich mit am stärksten sind. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Duell. Für mich schreit aber da eigentlich alles nach Unentschieden. St. Pauli und Bremen trennen sich am Ende 2 zu 2. Nürnberg gegen Darmstadt. Das nächste Lundernaufstieg kam von diesem Spieltag und das am Samstagabend zum Top-Spiel der Woche. Nürnberg aktuell Tabellenfünfter. Mit einem Sieg sind sie wieder vollkommen. Also sie sind eh schon mit dabei, aber dann erst recht oben wieder mit dabei. Darmstadt ist ja oben mit dabei als Tabellenzweiter. Punkt gleich mit St. Pauli. Ein Punkt hinter Bremen, aber auch nur einen vor Schalke. Also auch da ist durchaus Vorsicht geboten für Lilien. Letzte Woche den wichtigen Sieg eingefahren gegen Kiel. 3 zu 1. Gutes, souveränes Spiel gemacht. Das gibt sicherlich nochmal Schub für den nächsten Schritt nach vorne. Darmstadt macht es aktuell wirklich gut. Trotzdem in Nürnberg nie so wirklich angenehm zu spielen. Deswegen glaube ich auch hier einen Unentschieden. 1 zu 1 zwischen den Klub und Darmstadt. Darmstadt. Sonntagmittag dann. Sandhausen gegen Dresden. Und da geht es sicherlich richtig rund. Sandhausen, gerade schon angerissen. Später gute Rückrunde. Letzte Woche in Bremenpunkt mitgenommen. Und genau solche Punkte sind unglaublich wertvoll. Aktuell Tabellenfünfter. Ich glaube den Platz würde man durchaus nehmen. Und von unten ist sicherlich die Gefahr nicht mehr da direkt abzusteigen. Aber der Relegationsplatz, der ist noch sehr gut möglich. Denn Dynamo Dresden unter Capretti leistungsmäßig schon besser. Problem bei Dresden. Es fehlen die Punkte. Deswegen aktuell mit 28 Tabellen 16. Sprich Sandhausen ist schon 3 Punkte weg. Allein aufgrund dessen ist dieses Spiel für Dresden ein unglaublich wichtiges. Und es könnte der Wendepunkt sein im Abstiegskampf. Meiner Meinung nach. Ich habe bei Dresden gesagt vor dem Schalke Spiel. Letzte Woche haben sie gegen die Schalker knapp in 1-2 verloren. Sie werden sich belohnen in den nächsten 2 Spielen. Weil sie es gegen Schalke nicht getan haben. Werden sie es wohl jetzt machen. Wenn ich recht behalte. Und somit wird Dresden in Sandhausen gewinnen. Und das mit 2 zu 1. Bei Kiel gegen Hamburg geht es noch um ein bisschen was. Kiel könnte immer noch absteigen. Das ist nicht ausgeschlossen. Hamburg könnte immer noch aufsteigen. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Der ASV unter der Woche 4-0 gegen Aue gewonnen. Erzgebirge Aue war nicht gut. Trotzdem hat es der ASV auch wirklich gut gemacht. Und ich glaube schon, dass es zumindest Mut gibt, weiterzumachen. Weiter zu fighten. Weitere Siege zu holen. Denn mit einem Sieg wäre man auch oben wieder etwas eher mit dabei. Auch das ist immer noch möglich. 6 Spieltage vor Schluss. Bei Holstein Kiel geht es wie gesagt nicht mit allzu viel. Sollte man aber jetzt nochmal in eine richtige Negativspirale reinfallen. Und die Konkurrenz aus Dresden, Sandhausen, Hannover punkten. Muss man sicherlich nochmal aufpassen. Und genau das könnte auch passieren. Denn der ASV gewinnt in Kiel. Und das mit 3 zu 1. Zu guter letzter Blick auf Paderborn gegen Karlsruhe. Sicherlich das Spiel mit der wenigsten Spannung. Paderborn Tabellen 8er, Karlsruhe Tabellen 9er. Bei beiden geht nach oben nichts mehr. Nach unten aber auch nicht. Beide werden am Ende einen Tabellenplatz im oberen Bereich belegen. Nicht mehr, nicht weniger. Deswegen machen wir es kurz. Paderborn gewinnt knapp mit 1 zu 0. Somit also das meine 9 Tipps an einem sehr, sehr speziellen Spieltag. Ich habe ja gesagt, wir haben 3, 4 Aufstiegsduelle mit dabei. Wir haben auch 1, 2 Abstiegsduelle direkt im direkten Duell. Also der Spieltag verspricht einiges. Und er könnte ein Wendepunkt für manche Teams sein. Mehr aber auch nicht. Und das ist auch wichtig beim Blick auf die Tabelle, die wir jetzt hier sehen. Denn nach dem Spieltag könnte es laut meinen Tipps wirklich sein, dass Schalke Tabellen Erster ist. Und das würde gar nichts bedeuten. Es würde nur bedeuten, dass man punktgleich mit Bremen wäre und 1 Punkt mehr hätte als Darmstadt und St. Pauli. Und wenn wir da mal auf den HSV blicken, mit 48 Punkten, wären die nicht weit weg. Weil Hamburg hat kein direktes Duell mehr. Aber die Konkurrenz wird sich so oder so punktgleich gegenseitig wegnehmen, wie wir jetzt auch am Wochenende sehen werden. Also irgendwer von Schalke, Bremen, Darmstadt, St. Pauli, Nürnberg und Heidenheim wird halt nicht 3 Punkte holen. Das ist einfach so. Genau, das ist auch weiterhin die Chance vom HSV. Nürnberg jetzt sicherlich nochmal schwieriger. Heidenheim wäre womöglich raus aus dem Aufstiegsrennen. Aber wenn das nach dem Spieltag so aussehen würde, wäre natürlich schon krass, 5 Spieltage vor Schluss so eine Ausgangslage zu haben zwischen den ersten 4. Ansonsten sehen wir nämlich auch jetzt im Abstiegskampf, dass Holstein Kiel dann wieder mit dabei wäre. Aue und Ingolstadt wären abgeschlagen. Sandhausen und Dresden wären punktgleich und Kiel nur noch 3 Punkte davor und auch Hannover und Düsseldorf wären immer noch nicht gerettet. Also auch der Kampf um Platz 16 ist sicherlich extrem interessant, sollte Dresden es schaffen, gegen Sandhausen zu gewinnen. Und allein deswegen bin ich so gespannt auf diesen Spieltag. Ich freue mich auf richtig gute Duelle. Schaut eure Meinung, eure Prognosen mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.